Und jetzt und so kommt heute auch mit freundlicher Stützung wieder von Enjoy Your Camera. Wir schauen uns heute eine Metallplatte an. Ein Plattipod Pro. Da bin ich ja gespannt. Ich habe das auf der Seite gesehen und habe das, glaube ich, im Newsletter gesehen und habe auch vieles von der Schachtel gehört. Und da bin ich jetzt mal in echt gespannt. Das ist so ein Produkt, wo einfach, das sieht nach überhaupt nichts aus. Es ist auch nichts weiter als eine Metallplatte. Und ich verstehe voll, warum es Sinn macht. Und das ist aber so ein bisschen klug, glaube ich. Und es braucht halt wieder die Erklärung und die bekommt ihr auf der Seite. Deswegen ist es eine Metallplatte mit zwei Gewindeschrauben drauf. Damit könnt ihr Stativköpfe oder Kameras oder irgendwelche Sachen mit Stativschrauben da drauf festschrauben. Und dann könnt ihr das mit drei Schrauben, die da auch dazugehören, so aufstellen, dass es gerade steht. Oder ihr nehmt einen Akkubohrer und schraubt das Ding an die Wand. Oder einen Baum oder keine Ahnung. Wenn ich jetzt hier auf die Rückseite, auf die hintere Seite von diesem Ding einen Stativkopf noch drauf mache, die Kamera drauf mache, das ist das größte Problem, das man in der Regel hat mit seiner Kamera ist, der ist vorne das Objektiv dran, dann kippt das nach vorne weg. Das passiert damit halt nicht, weil das da diesen Fuß nach vorne hat. Das ist also, es wiegt halt nichts. Darf ich die Tasche übrigens mal haben. Es wiegt halt echt voll nichts und funktioniert halt trotzdem. Und mir wurde ja nahegelegt, dass diese Tasche irgendwie magnetische... Alter Schwede. Ich bin, oh, crazy. Ja, die Tasche kannst du auch so auffalten, wie du es brauchen kannst. Das sind halt die Details, die du normalerweise so nicht siehst bei solchen Geschichten. Magic. Alter, plötzlich ist die Tasche doppelt so groß. Unfassbar. Also solche Sachen gibt es bei Enjoy Camera Stativzubehör. Solche Sachen, die eben auch ein bisschen erklärungsbedürftig sind. Und ganz einfach, die Peak Design Messenger Bag gibt es jetzt auch in einer 13 Zoll Version. Oh, das ist relativ klug. Da habe ich von vielen Leuten Feedback bekommen, ja, ist ein bisschen groß für mich. Genau, also das ist einfach die altbekannte Messenger Bag, die du auch hast, die ich auch habe, die sehr nett ist für ein 15 Zoll Gerät. Und jetzt gibt sie, wenig überraschend, einfach ein bisschen günstiger, auch als 13 Zoll Gerät. Das ist so eine Tasche aus wasserabweisendem Material, die einfach Taschen für alles Mögliche und Zeug hat. Könnt ihr euch auch dort nochmal anschauen, welche Fächer die hat, was die für einen hübschen Verschluss hat. Und ihr schaut einfach bei Enjoy Camera rein auf eyc.de und dann bekommt ihr dort Sachen zum Fotografieren. Herzlichen Dank für die Unterstützung.